Was brauchst du, Freund? Ich hoffe, das kann helfen. Hey, da. Es ist gut, dich zu sehen. Ich habe gerade erst aufgewertet. Was ist das? Kopfgeld außer Lande. Ich wollte gerade sagen, was will die denn jetzt von mir? Ein paar Ersatzmaterialien und etwas magische Essenz können in die richtigen Händen eine Menge bewirken. Wenn ihr eure Ausrüstung weiter aufrüsten wollt, kommt einfach vorbei. Nun zum Dunkelwald. Ist das die Schmiedin aus dem ersten Teil, äh, aus dem zweiten Teil, Akt 1? Kloster, Schwesternschaft, der Malus. Herr Priester Sakkara gab mir dieses Amulet, als ich ging. Er sagte, es würde ein Portal öffnen, falls ich überhaupt meinen Weg nach Hause gefunden hätte. Wenn die Weltstunde-Sharge da ist, werden sie Hilfe brauchen. Ich hoffe, dass nichts Beste passiert. Danke, Charcy. Du bist richtig. Das war ein sehr hilfreiches Gift. Nicht zu疏! Ich find Akkara. Goodbye. Goodbye. Sprecht mit Charcy schon wieder? Nein, oder? Okay. Begebt euch zum Dunkelwald. Das klingt schon schöner. Ab, Attacke, Dunkelwald! I-Coming! Hi. Ich halte das historische Bestrarium frei. Müssen wir auch noch mal gucken. Aber ist Westmark der Erste? Bei Dunkelwald und sowas? Wer sagt das? Du? Wer? Wo? Ach da! Ist das nur ne Blume? Kein Ding. Sie ist noch in der Kirche. Bitte... Mann! Meine... meine Frau. Sie ist noch in der Kirche. Bitte, Sie müssen sie retten. Ich werde versuchen. Kannst du mir erzählen, was hier passiert? Diese Frauen. Sie haben einen schwarzen Armand. Sie haben diese schrecklichen Wein. Ich versuchte, um die Freundin zu verbreiten, aber ich... Ich hab' aber auch echt'n... Oh, danke. Ja, nehm' ich mit. Lady Kashaya. Wenn ihr das lest, hab' ich es nicht zu euch geschafft. Schwarzfels wurde von Fremden in schwarzer Rüstung angegriffen. Bitte, Herr Red, wir flehen euch eine Hilfe an. So, wie dazu. Ich geh' mal kurz in den Shop. Ich komm' nicht mehr raus. Ach, jetzt! Manchmal echt buggy. Na, das ist nicht das Mädchen. Das ist gut. Ich gucke mal. Ich riech' mal dran. Ich hab' ich gerochen. Ich hab' ich gerochen. Ich hab' ich gerochen. Da riecht halt, ne? Ja, da hängt jemand. Die Blumen sind schon auf die Fresse, die Gegner hier. Die Blumen sind schon irgendwie süß. Okay, hier unten ist noch irgendwo was da. Halber Körper irgendwie. Ah, ne. Nein, dein Vater ist tot. Alissa! Ich muss da nicht kommen. Was sind die? Alissa, ich komm'. Ich muss nur schnell looten, Alissa. Chill' mal, deine Alissa Nuggets. Erstmal die Truhe, ja? Alissa, du bist in der Truhe. Man, 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 man weiß es ja nicht. Okay, Alissa, äh, ich vermute mal, sie versteckt sich im Keller. Genau. Es geht. Ich bin jetzt dein Daddy. Ich bin ein Freund. Your father, he didn't. Listen, your village is under attack. We have to get you out of here now. Leave. No, I'm not leaving. My father told me to stay hidden. Das ist mir nie an. Ich bin ein Freund. Alissa. Ihr Vater ist tot. Ihr letzte Request war für mich zu retten, und zu verdienen diese Lieder zu jemanden, Kasia. Du und ich können immer noch das mit ihr zusammenbringen. Du hast ihn wirklich gesehen, nicht wahr? Dad? Was? Du... Du bist richtig. Wir müssen gehen. Ich kann dich zu der Sisterhoods-Camp. Kasia weiß, was zu tun. Okay. Aber bleib dran. Wir sind immer in graven Gefahr. Ich kann nur diesen Weg. Seid mich. Siehst du, wie man Frauen verprügelt? Die böse Dinge tun. So. Mit der Axt. Oh. Hat sie Blut abbekommen? Oh. Woopsie. Du bist okay? Sie hat dich verletzt? Nein. Nein. Ich bin okay. Entschuldigung. Ich wusste nicht was zu tun. Sie hat meinen Vater. Jeder in meiner Stadt. Und dann sie stand da genau da. Taunten mich. Ich bin nichts. Du bist nichts. Wir werden die Frauen bezahlen, für was sie getan haben. Ich versuche. Aber wir müssen hier wegziehen und finden Kasia. Hilfe. Hilfe. Die Weins. Hilfe. Hilfe. Hör nicht. Wir werden diese Traitor zusammen kämpfen. Es ist vorbei. Alles gut. Ja. Ja. Schöner Schuss. Sonst nichts. Ja. Dann. Ah. Da kommen sie. Wie viele kommen denn da von den Lachsen? Die auch noch? Hä? Sind denn das alle? Hä? Sünder. Hä? Aus der Entfernung hätte ich trotzdem nicht getroffen. Hä? 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 Elissa, nein. Oh, Gottes, forgive me. I am so sorry, child. A cruel fate for one so young. I knew the girl's father. And since you were with her, I take it he did not survive either. You are no villager. Who are you? Why are you here? I am a child of Bul'Kathos. I came here seeking a priestess and have found only carnage and loss. You must be Kasha. Then this letter is yours. The girl and her father died trying to bring it to you. Let me see it, Outlander. Hmm. Lucian was right to be afraid. These Bloodsworn, as they call themselves, are traitors to the sisterhood of the Sightless Eye. This is not the first atrocity they have committed. Sadly, Blackstone is gone. And like with this poor girl, there is no undoing the terrible loss of life. But we can avenge the fallen and prevent further misery. My rogues and I are going to put an end to these Bloodsworn. Join us. Manchmal weiß ich nicht, was Auto ran ist hier. Ich habe keine Ahnung. Manchmal läuft er einfach los. Fluffy! The Bloodsworn retreated into the overgrown village. But our numbers are too few to pursue. And the wounded... Fluffy, order the rogues to pull back. Get the injured to the battle camp and bury the dead. My new friend and I will be the ones pursuing Lockree from here. As for you, Outlander, it appears you have the honor of heading in first. Once, Fluffy and I have ensured the safety of our sisters and recovered the bodies of those who've been lost, I will join you. Hmm, cheapish. Considering you fought your way through that village, I doubt you will miss me too severely. Go, show those traitors that death is the only mercy we will afford them. Gladly. I will see you inside, Kasia. The enemy's den lies beyond the fell tree. Take caution. The Bloodsworn are not to be trifled with. Ach, Fluffy. Dich kenne ich sogar noch. Dich kenne ich aus dem zweiten Teil. Du hast immer schön da den... War das der Dunkelwald? Nee, ich mach auf Gott. Jetzt geht's richtig los. Wir haben den zweiten Teil eigentlich erst vor kurzem gespielt. Mehr oder weniger. Eher weniger als mehr, aber, ne? Die Röger waren übernommen, aber sie kämpften gut. Ich werde ihre Kampf enden. Na dann... Auch wenn die Blumen sehr aggressiv uns gegenüber sind. Aber, aber... Da! Da ist der Knopf! Ich hab ihn gesucht! Den Eingang! Was ist das? Redet die mit mir? Mit dem Problem? Hat er mich gerade geschubst? Ich werde nicht geschubst, Mensch. Ich habe nicht erwartet, dass viel Liebe in diesen Wurzeln geblieben war. Nicht seit dem Blodsworn begann ihre Vile-Hunt. Du bist willkommen, Kuzin. Es ist schwer, einen Druid zu sehen, wie weit von Skarsglen. Was haben diese Rechte mit dir? Sie haben mich schützt. Sie wollten mich mit ihren Verwürzen Beziehungen. Diese Szene, die du draußen gesehen hast. Sie wollen diese Korruption über die Bäume spüren. Ein Druid wird schneller sterben, als in so etwas zu helfen. In der Fall, ich habe fast gesehen. Kasia, du hast die Erinnerung. Lachri und ihre Retinue haben diesen Druid getötet. Er hat sich verletzt. Ja, er hat viel Blut verloren. Unser Freund hier wird nicht lange ohne Träten. Niemand muss ihn mit ihm bleiben. Ich habe das so weit auf meinem eigenen Weg. Was ist ein bisschen weiter? Sie, Outlander, haben mich gefühlt. Okay. Sehr gut. Gehen und Lachri mit Lachri. Als der Fall ist, wir uns zurück in der Kampen. Ich wünsche dir die Great Eye. und ich schaue dich an. Frau, ich habe es getan, wie du gefragt hast. Das Blut von jeder Mann, Frau und Frau in Blackstone läuft durch deine Beine. Es ist nicht genug. Ich muss wieder einmal sein. Haste deinen Efforten. Lass du mich verlieren. Okay, wer war das? Was ist denn Value? Ich habe einen Umwelche Granali. Ja. Du bist überhaupt nicht. Ich habe einen Umwelche Granali. Da war, kann ich? Oder was ich geredet? Ich habe einen Umwelche Granali. Ich habe einen Umwelche Granali. Ich habe auch einen Umwelche Granali. Ich habe einen Umwelche Granali. Der Umwelche Granali nach. Level ab. Was ist denn? Wen habe ich verirrt? Oh, züngle mich. Was? Entschuldigung. Manchmal geht es mit mir durch. Kasia! Ich sollte duschen, oder was? Wo ist Kasia? Ach, die pläten das alles? Na gut, wir haben ja schon, ne? Wir haben ja schon viel getan. Passt du. Na ja, Abend. Verfallenes Holzlager. Ja, bevor wir aber das verfallene Holzlager... Die wollen ja explodieren. Bevor wir aber das verfallene Holzlager sehen... Droide wäre aber auch cool. Muss ich mal so ganz ehrlich sagen. Droide wäre cool. Waren die das jetzt? Was war denn mal? Ich hab... Ich hab scheinbar was abgeschlossen. Ich hab scheinbar Kopfgeld abgeschlossen. Das kam jetzt so überraschend. Überraschend. Vor allem teleportiert er sich zurück nach Westmark. Aber... Hab geschlossenes Kopfgeld 1. Ja gut, okay. Wir haben 60 Leute getötet. Belohnung einfordern. Ihr müsst ja ordentlich was drauf haben. Da hinten. Ach, da hinten. Wir schreiben täglich neue Kopfgelder aus. Na klar. Neues Kopfgeld? Hör mal. Ah nehm. Angenommen 8 Stück täglich brauche ich jetzt nicht mit anfangen. In den Außenbezirken tötet Spinnen im Friedhof in Ashwood. Tötet Skelettkrieger. Schwört und tötet Hauptmann Venwood. Und da steht 0 von 10. Kann ich den hier kaufen. Ach, die Dinger hab ich ja sogar, ne? So, die kann ich dann eintauschen oder was? Oh Gott, oh Gott. Bin jetzt überfordert. Okay. Wir machen aber tatsächlich erstmal Feierabend. Die wir hier wieder jede Menge einfordern. Hurra, ja. Dankeschön. Alles für den Battle Pass. Nein, wir kommen nicht höllisch weit. Dankeschön. Danke, danke, danke. Einfordern kann ich hier auch noch. Gesperrt, gesperrt, gesperrt. Aufrüstungswerten akzeptabel. Oh, das hör ich aber gerne, glaube ich. Weiß ich nicht. Hör ich das gerne? Player versus Player. Krieg ich auch irgendwie was? Ich weiß nicht, warum ich... Ne? Ähm. Warte, lass mich kurz gucken, wie ich hier nochmal reinkomme. So. Dann kriegen wir erstmal das. Schaltet den Battle Pass frei, um das da zu kriegen. Ja, ne, lass mal. Braucht keinen anderen Chroms. Oh, das wäre aber schön. Das müssen wir noch schaffen, weil da sind noch mal drei dieser Dinger. Aber der endet in 28 und wir sind noch so am Anfang, wir kriegen noch gar nicht so viel davon. Das lohnt sich sowieso nicht. Werde ich sowieso nie machen. Für mich ist es Free-to-Play. Für mich ist es einfach nur ein Gelegenheitsspiel. Und ich glaube nicht, dass ich hier unbedingt Geld ausgeben muss, um bis zum Ende zu kommen, oder? Weiß ich nicht. Vielleicht will ich es auch nicht glauben. Ich weiß es nicht. Okay. Ich verabschiede mich jetzt aber. Denn ich glaube, wir haben tatsächlich alles fertig. Truppen. Oh. Er richtet das Truppenlager. Oh, vielleicht muss ich das erstmal machen. Aber ich vernichte erstmal 10.000 Monster da. Da muss ich beim nächsten Mal mal gucken. Okay. Ich bin jetzt aber raus, bevor das Internet wieder weg ist. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020